Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Wir haben es geschafft, endlich zu... Also uns zu treffen und uns für eine Hütte zu entscheiden. Wir sind beide gesund. Wo bist du jetzt hin? Bist du hin? Ich war in dem Schrank eben. Achso, ich hab dich nicht gesehen. Ich komm wieder hoch. Ach da! Jo, ich hab absolut gar nichts. Also weniger als gar nichts. Ich hab ein paar Bretter, eine Stange und einen Knochen. Ich hab gar nichts, glaube ich. Oh nein, ich hab auch keinen Block hier, damit ich das hier zu unserem Safe... Wie heißt denn der Safe-Block? Mal Block ein. Äh, Gebiet-Schutz-Block habe ich nicht mehr. Was ist denn das denn mal für so ein komisches Geräusch? Aber da brauchen wir nur 5 Steine für. Wollen wir uns in der Hütte erstmal niederlassen? Dann geh ich einmal raus und guck mal nach 5 Steinen. Oh, hier ist ein Zombie direkt vor der Tür. So. Wie gesagt, blutiger Anfänger. Absolut keine Ahnung. Ne. Davon viel. Aber davon viel, ja. Immerhin, ne? Ich durchsuche nochmal den Müll im Garten. Ist aber nichts Besonderes drin, ne? Ja, die Knarre ist weg, die Spitzhacke ist weg, der Speer ist weg. Alles ist weg. Ja, das ist doof, dass immer alles weg ist, ne? Ja, gut, ist ja normal, wenn du tot bist, ne? Ja, wenn du tot bist, ist ja tot, ne? Aber man kann ja nicht nochmal wieder auferstehen. Also ist das ja nicht so klar, ne? Ja, doch, doch, doch. Na klar, du stirbst und dann bist du wieder da, ne? Aber ohne Sachen. Oh, meine schicke Sonnenbrille und meine Hose sind ja auch weg. Ja, ich weiß nicht, ob wir die beste Hütte haben. Na, gebrochen, gebrochenen Arm. Was hast du geschlagen? Lag gerade auf Holz. Und dein Arm ist gebrochen? Ja, sehe ich unten links. In sechs Minuten ist der heil oder so. Naja, die altbekannte Schmerztherapie. Wer kennt's nicht, ne? Mit gebrochenen Armen immer schön gegen Holz schlagen. Wieso schneller ist er wieder fit? Leben. Ja, wir haben's jetzt zwei Uhr morgens. Ich hätte jetzt eigentlich lieber ein bisschen gebaut oder so weit. Also ein Safe gemacht, aber wir haben's ja ein bisschen verkackt. Beide. Äh. Nur, ich hab's verkackt. Mhm. Hört sich schon besser an, oder? Ja. Ja, ich denke auch. Also hier war ein Zombie und der hat dann so gemacht und jetzt liegt der und ich habe Angst zu gucken, was ihn getötet haben könnte. Ja, geh mal gucken. Nee. Ich, ich, ich geh mal hin der Neugier halber, aber er ist weg. Also er ist einfach umgefallen und geschnürt bin ich konform mit. So. Ist in den Nissen wieder was drinne? Ja. Ich hab ein Ei, aber nur eins, leider. Ja, das weiß ich. Ja, es tut mir leid. Ich find jetzt halt hier auch nix geiles in dem Müll. Was fand das? Nix geiles. Hier ist immer so ein komisches Geräusch, ey. Ja, das Blöde ist im Dunkeln, siehst du die Steine halt auch nicht gut, ne? Ich komm vielleicht gleich wieder. Hm. Ich hab ein Stein. Ich bin am Arsch. Oh, ich muss hier weg. Ich komm zu dir. Hier ist ein Hund. Mal rein. Ja, geil. Lass den da. Ich komm zu dir. Ich hab mir grad mal ein Speer gebaut. Ja. Waffe wär gut, aber ich hab nur einen Stein. Hm. Ja, wär schön, wenn's wieder hell wär, ne? Egal. Ich erklimme einen Berg. Krieg ich Holz, wenn ich einen Baum verbrühe, ja, ne? Halt sehr wenig, ne? So, dann machen wir uns noch einmal eine Steinachst. Aber da fehlt mir ein Stein. Ne, fehlt mir nicht. Doch, fehlt mir. Ah. Ein Stein. Ist das hier gruselig, Alter? Hm. Weißt du, ein Zombie-Apokalypse ist doch nicht gruselig. Alltag nenn ich das. Ein... Ich seh halt keinen Stein, ne? Hier ist nur Müll. Oh, ein Stein. Oh, 20 Steine. So, einmal die Axt. Denn, äh... Ein Speer. Was fehlt mir dafür? Holz. Ist ja kein Problem. Ich hab jetzt ne Axt. Musik hier, ey. Diese Töne zwischendurch. Oh. Was war das? Ich. So, jetzt hab ich schon mal einen billigen Speer. Ähm... Gebietsschutzblock wollte ich ja auch noch machen. Gebietsschutzblock. So, den packen wir in die Hütte. Das ist unsere Starthütte. Mit der fangen wir an. Wo denn? Naja, hier das Haus, wo du drinnen bist. Äh, nein! Wo bist du denn? Scheiße, ich hab mir den Knochen gebrochen. Ihr habt mir meinen Fuß gebrochen. Ah, scheiße. Ah, scheiße, mir. Da fang ich das denn. Ah, geil. Ah. 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 Ein leiser Chantal, ey. Ich hab mir den Knochen gebrochen. Ich darf ja wohl ein bisschen stöhnen, ja? Wo war ich stehen geblieben? Ah. Beim Stöhnen. Ich hab mich erschrocken, ey. Guck mal. Da war er leer hinter. Hi. Weil ich jetzt hier einen Gebietsschutzblock gemacht hab, krieg ich die ganze Zeit so ein Alarmsignal, dass du hier irgendwas kaputt schlägst. Ich auch. So, aber jetzt können wir zumindest... Hey, Alter, willst du mich verarschen? Hm? Warum nimmst du mir jetzt mein Holz weg? Brauchst du welches? Hier. Warte, warte, warte. Nee, ich will mir das selber holen. Ich klau ja nicht. Ich hab dir welches hingelegt. Wieso krieg ich denn jetzt bei dir die ganze Zeit diese komische Geräusche bei mir nicht? Ich hab das auch. Ja, aber ich darf alles kaputt machen. Vielleicht, was mein Block ist? Machst mal kurz warten. Hä, eben hat das bei mir auch keine Geräusche gemacht, erst als du da warst. Zum Benutzen E drücken. Das ist hell. Was macht denn der Schutzblock jetzt? Ah, okay. Geh weg. Raus aus meiner Wut. Wo wollen wir jetzt hin? Ja, wir haben hier, ähm, wir haben da noch ein Haus. Wollen wir da mal luken gehen? Oh. Oh, ich hab ne Knarre. Ey, den hab ich kalt gemacht. Warte, hier ist noch ein Zombie. Ich versuch jetzt auch mein Glück. Ich nehm trotzdem mein Speer. Verliere ich. Geh sowieso gleich wieder drauf. Okay, der hat kein Lootback fallen lassen. Wo wollen wir hin? Äh, einfach der Straße hier folgen. Da ist links ein Haus, da würde ich gerne mal reingucken, schauen, was da ist. Ach ja. Weil wir brauchen Gläser, damit wir Wasser abkochen können. Äh, weil wir ja trinken brauchen. Wir brauchen Nahrung, müssen wir suchen. Und, äh, ein Feuer müssen wir machen. Denn im Haus wieder. Mhm, 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 mhm. Oh nein. In diesem Haus willst du? Das sieht aus, als du das nicht zusammengebracht, ey. Ach, das sieht doch toll aus. Absolut idyllisch. Ah, ja. Vielleicht gibt es ja hier was cooles. Hier war ich vorhin drin. Nach oben kommt man auch nicht, ne? Aber da ist noch irgendwas. Von außen vielleicht? Ja. Müsst du auch ne Axt haben? Ne. Oh, total. Oh, ich muss kurz meine Axt reparieren. Kleinen Moment. So. Wo red man wieder? Auswählen und A drücken. Geht doch mal ein Stück zur Seite, aber fahr nicht ins Loch. Wo kommt man denn da hinten hin, ey? Andere Seite? Medizin. Ich hab Steroide. Ja. Ich bin unaufhaltsam. Oh Gott. Ich dachte, ich fahr runter. Ich hab hier noch ein Vogelnest. Aber es sind nur Federn drin, ne? Ja, ja. Ja, wir müssen mal so ein bisschen schauen, dass wir ein bisschen Stuff kriegen hier. Ich muss bald auswählen, mir ist schon mal schlecht. Leerer Müll. Leerer Faulermüll. Ne. Guck mal, hier sind auch noch so ein paar Hütten. Also hier ist was Großes. Da können wir mal gucken gehen. Da sind aber bestimmt viele Zombies, sag ich gleich. Oh, Gammelfleisch. Gammelfleisch. Hm. Ist der jetzt krank geworden? Nö, ich hab's nicht gegessen. Hm. Läuft ja weg. So. Metall. Oh, ich hab ein Glas. Das ist gut. Damit können wir Wasser holen, irgendwie. Uuuh. Ja, der hat ein bisschen zu tun, bis er da rauskommt. Ah ne, hier ist offen. Oh, es sind zwei. Ja, ich hab auch zwei. Ach so. Medizinschrank hier. Das ist gut. Hier ist nix. Ach so, hier sind wir am Eingang. Oh Gott. Au. Hmm. Ich bin dran gewesen. Ich bin dran. Ich bin dran. Oh. Toiletten kannst du auch durchsuchen. Au, alter. Hast du dieses Loch gesehen? Oh. Ja. Was ist denn hier passiert? Ihhh, was ist er denn? Oh nein, ich schmeiß immer meinen Speer aus Versehen weg. Du musst rückwärts gehen. Du bist spät, alter. Autsch. Ich bin auch gleich tot. Nicht gut. Ich bin wieder am Anfang. Au. Hören wir auf. Noch nicht? Jetzt bin ich tot. Ah, okay. Steht hier schon. Pavel ist gestorben. Wir haben beide keinen Schlafsack gelegt, ne? Nö. Okay. Was ist das denn hier? Ach, ich steh in dir drinnen, ey. Wir sind zumindest zusammen. Ja, so. Auch trotzdem. So, wir werden das nächste Mal weitermachen. Ich hoffe, die Folge hat gefallen. Ihr seid das nächste Mal mit dabei. Wir würden uns freuen. Lasst gerne einen Like da. Und vor allem ein paar hilfende Tipps, die würden am meisten bringen. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.